Rote Rosen Vorschau, wird Hendrik erschossen? Hendrik hat mit den Roten Rosen gerade viel erreicht. Wird es von nun an vom Schöpfer der Serie geschrieben? In der 21. Staffel von Rote Rosen musste Hendrik, Jerry Quarteng, einiges ertragen. Seine Drogenabhängigkeit hätte ihn beispielsweise fast seinen Job und die Beziehung zu Britta, Elena Mischke, gekostet. Später verlässt ihr Sonsio, Nichel Selysenei, Lüneburg, um auf ein Internat zu gehen. Und seine Hochzeit mit seiner Verlobten scheitert fast. Wissen sich Rosenfans endlich von dieser Figur verabschieden? Wie man in der Vorschau sehen kann. Er Marte, Markus Blum, zu einem sehr schlechten Zeitpunkt kennen. Selbst wurde unter irgendeinem Vorwand aus der Haft ins Krankenhaus verlegt, weil es dort natürlich einfacher wäre, zu entkommen. Tatsächlich gelang es dem Täter, den Kollegen von Dilley, Idealkennell, auszuschalten. Dort trifft er jedoch auf Hendrik. Der Arzt hatte die Gelegenheit, Marte bei seinem Fluchtversuch aufzuhalten und endgültig zu verhaften. Die Bande hat eine Waffe und richtet sie auf Hendrik. Aber es gibt ein Problem. In der Beschreibung der nächsten Folge ist klar, was passieren wird. Marte schießt nicht auf Hendrik. In einer gefährlichen Situation lässt er den Verbrecher entkommen, anstatt sein Leben zu riskieren. Das missfällt Ben, Paki Meziani, der kürzlich einen Konflikt mit einem Freund wegen Marte hatte. Er beschuldigt Hendrik, ein Feigling zu sein, was zu einem weiteren Streit zwischen den Männern führt. Können Britta und Tina, Katja Frenzel, vermitteln? Rote Rosenfans können es wie immer montags bis freitags um 14.10 Uhr in der ARD erfahren. Alternativ können sie die Folge auch 30 Tage nach der Ausstrahlung in ihrer Mediathek abrufen.